ich auch wer macht denn den raum gut aber ich kann auch das voll scheiße und leben und ich hab da gar keinen Bock mehr drauf ich bin von der positiven Seite jetzt Das ist ein bisschen Luxus. Aber ich kann ja abends nicht im TS, weil die Freunde muss ja immer Fernseh gucken. Warte. Fernseh gucken, bilden. Ich hatte das Fernseh gucken. Boah, ich nenne, wie soll ich den Raum nennen? Pimmel. Raum. Okay, ich nenne Pimmel. Ich nenne Pimmelraum. Müssen wir denn da auf Join herklicken? Ja. Ihr macht vielleicht, ihr Freund funktioniert nicht mehr. Warum ich noch mal? Ich habe keine Ahnung. Ist der Raum schon fertig? Wie heißt der? Pimmelraum. Pimmelraum. Ja, da ist er doch schon. Da ist er doch. Ich hoffe, da joinet jetzt kein Wendem. Okay, Konrad, Damiru, Turetz. Ja, ich mache noch mal. Damiru, Frittenfüße, LPS. Oh, Tamiru ist weg. Sind Damiru? Ja, warte. Hallo, Sam. Hi. Wer ist der? Wie fährt man doch mal? Mit BST, ne? Ich sehe keinen Pimmelraum. Nee, du musst, muss man das ja mal mit der Mausen machen. Du kannst ja mal practice klicken. Practice, practice. Dann kannst du üben. Oh. So. Okay, Damiru ist da. Das ist strange. Ich muss die Farbe trotzdem hervorrufen. Das ist strange. Ich schmeiß ihn da voraus. Wo kann man seine Farbe ändern? Da muss noch mal ins Menü. Das kannst du ja da customisieren. Okay. Wie sind wir dummerweise 6 von 6 mit diesem strange? Das ist natürlich ein Problem. Ja komm, ich mache mal noch mal einen Raum auf. Der private. Ja, mach am besten einfach mal einen mit Passwort. Ja. Ja. Ja, mal einen mit auch. Mit Pimmelpasswort. Okay, ich nenne das Passwort, ist dann einfach, was ist das Passwort? Wie gehe ich raus? Passwort ist einfach cool. Passwort ist einfach cool. Okay. Ich nehme mal Passwort cool. Achso, das ist jetzt Pimmelraum 2, weil der Name schon vergeht. Also Passwort ist einfach cool. Was ist das Passwort? Pimmelraum. Passwort ist einfach cool. Pimmelraum 2. Ah, der ist bei mir auch auf der letzten Seite. Pimmelraum 2. Da ist ein Pimmelraum. Der Friedrichsor. Bei Horken, Marken, 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 Marken. Cool. 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 Okay, wenn er mal das Elbein hier nehmen würde. Ach, was? Ich musste erst das Passwort raushauen. Oh Gott. Oh, der müsste alle bunt in der Welle und nicht mit. Leute. Pimmelraum 2 ist bestimmt letzte Seite. Du hast doch den Refreshen-Button da auch über den Joint-Button glaube ich. Na. Ist das geil hier alles. Boah, das ist ein böses Spiel. Ja, wenn nicht, machst du mal den Raum auf oder so. Ne, das muss da sein. Alle anderen haben es ja auch gefunden. Das muss ja irgendwo sein. Manchmal... Ja, jetzt gibt es ja nur zwei Seiten und äh... Was? Ich habe sechs Seiten, glaube ich, gehabt an Räumen. Ja, die hat auch sechs Seiten oder so. Ja, die hat auch sechs Seiten. Kannst du mal auf, äh... Weil ich fand immer von Textwerk? In... In... Knallhart. In Lobby. In Lobby. Musstige Seiten durchblättern. Ah, die hast du ja auch im Wald. Lobby, heute steht los. 24h-Stream-Unden, ja... Wer ist das eigentlich? Ohne Scheiß. 20h-Stream-Unden, oh Gott, das ist ein Rates. Kannst du vielleicht, äh, bei... Bei einem von uns aufs Team gehen und Spiele-Treten machen? Geht das vielleicht? Das Spiel so rudimentär ist da nicht mal ein Einladebutton, oder? Oh, ich hätte doch niemanden gekriegt. Okay, pass mal. Ist echt ein raffinierter Bursch. Ach, das ist nicht wichtig. Ja, war schön, dass du da warst, ne? Ja. Sehr gut. Ja. 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 Grüße alle, die mich kennen. Ich mich auch. Ja, ich auch. Ich vermisse, ich vermisse den S-Gwen. Wer nimmt denn alles auf von euch? Ich nehm auf. Ich vermisse die Do. Aber ich nehm auch auf, ja. Nehm dir alle Auge, Geilen. Ich habe ja gestern mit dem Pflast hier gespielt, der ist ja scheiße gut. Der ist ja nicht normal. Der Pflast? Ja, der ist richtig gut in dem Spiel. Außer in der Haunted Map, hat er total versagt. Ich grüße die Do. Oh, da ist es aber auch so nicht so nett. Oder hüpft ein Ball rum. Ball. Haunted ist die einzige, mit der ich klarkomme. Wer ist der Eingebirge? Die Haunted ist die einzige, auf der ich halbwegs zurechtkomme. Das ist voll die komplizierteste von allen. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde die Oasis am schlimmsten. Der hat da voll geholt. Ich finde die Oasis am allerschlimmsten. Da komme ich immer nicht zurecht. Und diese ganz bunte da. Ich habe auch einen kacken Bildschirm. Da ist die ganz bunte schlecht, weil der hier stellt irgendwie dunkle Farben ganz schlecht. Und ich sehe immer nicht, wo ich hin muss. Wo sieht man denn, wo man hin muss? Naja, manchmal kannst du so ein bisschen zoomen und so, aber... Das mit dem IT hat gerade nicht bei mir funktioniert. Scheiße. Und wie sieht es aus mit deinem Rechner, Konrad? Oh, das ist ein Vogel. Ja, der ist ein Reparatur. Weißt du, wann du wiederkriegst? Oh, was soll ich denn da haben? Der Einbau an sich für eine halbe Stunde hat er gemeint, aber bis das Ding da ist. Na super. Ist er nicht gut? Läuft da nicht, weil der Arzt pullert. Gebrüller, Mann. Ist er nicht gut? Aber auch schon leer, Alter. Findest du immer nicht da? Nee. Läuft nicht. Konrad, ich muss neulich gegen dich bei WWE anknippen. Ja, schon wieder. Sonst machen wir den Notfall, sonst machen wir selbst einen Raum auf, sonst rufen wir den. Dann klappt es dann. Dann habe ich gewonnen. Natürlich, selbstverständlich nicht. Äh, ach. Also, ich dachte, wenn man im Tarrieremodus spielt, dass das gar nicht, dass da die Folie spielen, dass da auch Eigenerstellte mit dabei sind, das wusste ich auch nicht. Das ist ne Lüge. So weit hab ich noch gar nicht geschrieben. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Wie kommt der? wieder weiter machen, das letzte Nee. Voller runter. Nein. Muss man aber auch eine Fahrt machen. Wer rauscht denn hier auch so? Ich nicht. Ich nicht. Ich habe mich nicht. Bestimmt ich. Ich war im Chat, ey. Chat. Chat, wo der ist am Abend? Ich kann nicht mehr. Ich glaube nicht. Press Escape, Exit, Practice. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr schießen. Ich auch nicht. Kann auch nichts mehr machen. Schön. Hey, du bist A. Wieso bist du raus, die Pupsbacke? Kann ich mal einen Ballfarbig machen? Kann der Storm vielleicht einfach einen Raum öffnen jetzt, wenn wir eh schon alle draußen sind? Ja, ich bin schon dabei, einen Raum zu öffnen. Das ist ja eine geile Sechsschnitte. Muss man beim Privat da irgendwie was reingehen? Einen Passwort ist schon. Ja, noch einen Passwort an, runter. Okay. Einfach, einfach X. Wie heißt der Raum? Chaos. Okay. Das ist schon offen. Wie viele Player sind hier? Wir sind sechs. Sechs. Player ist sechs. Wir sind sechs. Ist auch noch offen. So, jetzt habe ich euch gemacht. Geil. Ne. Äh. Äh? Äh. Wir sind nicht gar gezeigt, gell? Ne. Irgendwie nicht. Alter Vater, habt ihr Oktober? Golf ist auf Rennsender. Sag mal, Storm, hast du eine andere Version von dem Spiel? Welche Region? Bist du Region Europa? Wird dich angezeigt? Moment, steht rechts. Ja, stimmt, die Region könnte falsch sein. Europa. Das kann natürlich auch nicht gut sein. Das steht bei dir. Rügen. Rügen. Menge Rügen. Rügen. Der ist online Nummer 2. Wo kann ich das sehen? Direkt rechts steht das neben dem, wenn du jetzt die ganzen Rooms durchgehst. Unter dem Golf ist your friend's shit. Amerika steht da. Alter. Hä, warum müssen wir mit, warum müssen wir atmen? Wie wechseln wir? Ich hab die Einstellung vorhin gemacht, das ist einfach nur so über. Ähm, Thema auf Optionen, das war. Und dort auf Network und dann Serverregionen. Ja, die 50er-Frieden-Moran-Bezins. Boah, ich hab'n Wechsel für 50er. Okay, Fritter, stellst du jetzt in den Raum, dann wird's ja klappen, dann gleich. Optionen und dann auf Network. Options? Network. Network, wenn wir baby. Mach du mal einen Raum, Fritter. Ich mal Raum. Ja. Dann, während's Daumen dann endet, kannst du schon den Raum machen. Meist Pimmelraum 3. Ja, warum nicht? Lass uns den Server vollpimmeln. Geil. Jetzt nicht pimmeln, ey. Pimmeln. Pimmelraum 3. Oh, komm, 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 komm. Pass mal drauf, was noch mal? X oder was? Cool. Ist es jetzt, ist es wie Pimmelraum 1 oder 3? Ich find' aber auch noch kein Pimmelraum. Ich hab' jetzt aber auch Europa und 3. Das ist gut. Ich hab' nie runter. Ich seh' den normalen Pimmelraum. Ich hab' keinen Pimmelraum. Ich seh' auch keinen Pimmelraum 3. Ja, ich seh' den normalen Pimmelraum. Bist du jetzt auf dem Ami-Server zu fähig? Ah, hier ist Pimmelraum 3, da ist er ja. Sehr schön. Oh, klick mal auf, äh... Ha-haa. Dieses Spiel hat doch mehr Komplexität, als wir dürften. Nee, da steht er Pimmelraum 3. Da hab' ich Pimmelraum 3 gemacht. Bei mir steht der Ramm 3. Bei mir steht nur Pimmelraum. Bei mir steht Eckchen. Oh, das ist das schwierig, oik. Es wäre einfach so viel leichter, wenn man einfach noch fucking Lobby über Rokkis machen könnte. Das wäre so einfach. Pimmelraum 3. Ach, wenn man über Rokkis macht, ja nix. Join. Ja, das ist schon ein Impression. Es fehlt nur noch Tor. Boah, wer ist denn da in der Schwarz? Ich? Boah. Wo kann man das denn einstellen? Der Quotenspande. Ich bin Hauptmüger, guck ich jetzt nicht noch mal auf. Haha, die Versuchung ist groß. Vielleicht will ich hier auch so'n rosa Schwuppenball. Oh. Die Musik macht mich wahnsinnig, mein Stäune. Wieso schweig ich denn? Weil auch wenn ich rückwärtsche. Das ist wie bei so nem Vlog auf YouTube. Ja, ist wirklich so. Ich bin cool. Nee, einfach nicht cool. Einfach nicht geil. Doch leuchtet der. Oh, ich bin da. Yeah. Ja. 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 Okay, wollen wir anfangen? Ja. 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 Ja, bis jetzt. So, hallo, willkommen zu der Folge von Golf with your friends. Heute mit ganz, ganz vielen Leuten. Mit dabei bin, also ich, der dritte. Muss ich dazu sagen, weil anderen auch aufnehmen. Dann ist mit dabei der Storm. Was geht? Der Konrad. Was geht? Der Clurex. Metal, Leute. Okay. Der Mr. Baby Sam Samuel von Game of Thrones schon zu tief. Einen Tü-Tü-Tricky. Okay. Nee. Komm hier, wo ist er auch dabei? Guten Abend. Hallo. Na, welchen Matt wollen wir machen? Bin mir drauf. Das ist egal. 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 Komm, wir fangen mal mit Forrest an. Oh, mach mal eigentlich, bevor ich wieder rausfliege. Machen wir mal den Forrest am Abend. Es war am Abend ein bisschen kass. Wir müssen Timmy finden. Timmy, warum machen wir nicht? Wie geht das überhaupt? Ich hab doch nur keine Ahnung. Du musst einfach nur nach links und rechts zum links und rechts. Und wenn du dann gedrückt hast, glaube ich, so nach vorne die Maus. Je nachdem, wie stark du machen willst oder so. Ich muss einfach nach links und rechts. Okay. Einfach loslegen. Ja, einfach loslegen. Einfach watch out, watch out, watch out. Nee. Hallo. Oh nein, ich kann loslegen. Ich stalk den Clurex. Wie kann ich eigentlich den Stalk wechseln? Wie kann ich eigentlich den Ball... Linke Maus, das schießt oder so. Die Maus nach vorne wäre... Achso, jetzt gibt's nur noch Stormist. Aber dezent. Das war dezent. Aber anfangen muss man sich gerade beim Putten voll daran gewöhnen, wenn du nah dran bist, schlägt man gerne mal zu... Oh, der war schon klar gut. Ja, das war schade, ey. Oh, was ist das denn? Voll ein bisschen brennt's. Am Abend. Ganz, ganz sanft, so. Ganz sanft. Im Fall. Ganz sanft. Ich war der Erste. Jawoll. Oh, ey, ist voll ungewohnt. Das ist einer großen Wüfte. Ja, ne? Ja, ne? Ich brauch mal den meisten Punkt. Oh, Alter. Wie? Oh. Oh. Oh, in one. Oh, natürlich. All in one. Not bad, not bad. Schwere Schwung. Ha! Oh, oder war los? Ich bin da. Das war schlägt. Mhm. Gab es hier eigentlich keinen roten Ball zu Russland? Aber das ist doch auch so. Rote würde nicht. Kann man auch machen. Echt? Ja. ich bin ja ich will ja ich will auch mal ich bin zu blöd hat mal ein trittswegen geriss gleich austrittswegen oder so was war wie ging das mit dem licht nochmal L L ich bin drin wahrscheinlich weil ich schwarz bin komm 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 oh schön Leute ey das tappt er super immer was haben wir auch voll gut ey voll spannend der hat schon gespielt oh wir rauschen da schon wieder so ich bin nicht rauscher oh alter wie er mich einfach mal weggefickt hat achso ich war zu weit ich hab mich schon gefreut oh mann alter ey zu berechnen oh der ist unberechenbar oh was ein enges Loch da hol weiter hol weiter Storm ey du bist ein richtig geiles Gummibärchen ey wie eng ist das an der Spielerin wer ist denn an der spitze ich seh das gar nicht alle mann mann ich will auch mann ich will auch kühlen leuchten mann das hat das ist mir auch gar nicht aufgefallen hehehe oh Mist einfach so einfach so er kann einfach nein was ist das denn grad geil ist der eben richtig gut ja super ne warum fliegen die mann kann doch gar nicht sein was ist denn los alter aber spielst du das mit Lenkrad lol ja boah was du Lacke alter das zu doll das zu doll mit dem 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 loben das ist das das mit dem nah mit dem den das vertraut ist alles und da was mich ist wie Ja wer ist denn da bei dem Maschinenbüro? Ach so geht das ok warte Das war knapp Wo bin ich denn? Das ist wichtig, hier ist wie lang Ok Leute, also wenn ich da an der Seite so viel Bums gibt, dann kriege ich unten Ach was? Das haben wir, oder? Du musst wieder nachlegen, oder? Das ist fliegen geblieben Nein! Der hat gar nichts rum Hä? Der ist drin, oder? Jetzt Ja doch jetzt Ich habe ein bisschen gedauert Das ist einmal rübergekloppt da Oh, souverän Schwere, schwere Wir sind fast gleich Ich habe die meisten Punkte einfach Ich muss nur sagen Ich bin ja auch die guten Peiße man, wieso fahre ich immer ins erste Loch? Ich bin aber zu dumm Hallo Ich habe es noch nie geschafft hier ins zweite Loch zu kommen Weil ich einfach zu scheiße bin Juuuut bin da Oh Mann ey Und jetzt wird Tamiru ja Oh Leute Tamiru rollt noch Er hat einfach wirklich gewonnen Mann ey Ey das ist doch eklig Ahhhhh Das ist eklappt ja Oh nö Oh Oh Geil Hauptsache immer volle Kraft Dann kann nichts passieren Volle Kraft Und nein Hier Ja 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 Nein Na Konrad Ja Ich bin drin Ja Ich folge dir Was macht ihr da? Das gibt's nicht Ahhhh Oh Der Tamiru wird einfach vorgeschoben Es ist so schlägt die ganze Zeit so Das gleiche war Ja 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 Das war nicht Aber alle ziemlich die gleichen Schläge Ja Das war wohl nicht mehr könnte Oh ne Wo muss ich da hin? Wow Ach so geht das Wow Guck mal erst bei den Profis zu Okay Zwei Schläge Doch das geht noch No Zack Fertig In der nächsten Runde stellen wir mal die Kollision an Das sind richtig Boah die Kollision ey Mit Springen und so Das hab ich nun mal gespielt mit Kollision und Springen Ja 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 Komm mal Das gibt's nicht ne Immer zu gleicher Stand Die gehen doch gut auf jeden Fall Die sei doch krank Die sei doch krank Die sei doch krank Ja die Ja die können einfach so Ja die können einfach so Ja die können einfach so Wo's denn Wie die Profis da machen dann versuche ich auch da hinzuschießen ich weiß auch wenn er bei der ersten folge war aufgemacht so haben dann war es im endeffekt so dass keiner den ersten schlag machen wollte weil es mal könnte ja der andere ich versage ja richtig stimmt ich bin rausgerutscht leider keine holen gg man gg gg ja einmal glück ich habe es genau gesehen der übt ja nicht auf den mittleren oder auf den rechten kann ich da jetzt richtig schlecht nimm die mittlere zielscheibe konrad macht es einfacher zwölf glaube ich das war noch gefaulet ich glaube die rote die rote zähne wird das ist ein das ist ein das ist ein Dorm ist nicht mein letzter ne ja wo was wow schild habe ich ja gar nicht bemerkt na schade Dorm war einfach Eifgall der erste der die abgültig genommen hat einfach so ne ja vor der Hälfte hier ich dachte eigentlich ich warte mal auf dem ja aber natürlich ich hatte Rutscher freigestellt Rutscher freigestellt nice shot toll oh nein 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 ich weiß ich guck den Konrad zu das ist besser nein nein jetzt spiel ey oh bleibt doch ruhig oh bleibt doch ruhig mann ich muss das nächste mal einfach mal so metal musik unterlegen oder das gute oder das gute ja hallo chef hallo hallo nein Tom ich komme ok hör doch Stokes ja ich auch bedrückt lol toll beigelot geil oh meine Aufnahme hat sich beendet oh wenn du weil du zu schlecht spielst hab ich mich wieder beendet boah ich bin durchgekommen oh los komm 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 jawoll 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 hallo hab ich mich noch mal geschaltet ich hab die Dün ich hab sie hallo die Zeit läuft aber naja vier Leute haben ja das ist ganz schön du bist du auch ja natürlich weil wir stattdessen damit das gefährlich ist ich bin ich bin da du schaffst es als ob ich glaube an dich was knasch ist genau das gleiche ist mir auch passiert die Pärenhorsche all in one oh du sollst da oben rein du kannst doch von hinten da rein ja du kannst auch von hinten rein bitte was wir sagen es geht nicht aber ich will es einfach probieren ja es geht ja toll 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 oh nein das denn kann die map nicht ich bin hier richtig scheiße drin jetzt mach mal ich bin hier einfach nur hallo oh nein Fußball oh Gott wo ich da bei Fritto mal zugucken ja doch bist du schon drin oder? ja mit wie vielen ein oder zwei nice aber ich habe mich ganz gut geschlagen eigentlich bin ich auch richtig schlecht aber mittlerweile lasst du bestimmt auch schon ein bisschen Übung ne Gott hat mit gefühl mit 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 aufpassen dass die blöde kreisläge nicht das ich bin auf das band gekommen und hatte trotzdem zu wenig schwung so auch toll ja und dann kommt er ja der winkel ist halt auch richtig schlecht der meister popper und du? AHH! die Sau! du selbst verwandt Bandenschutz da ist grad ein Schmetterling ins Loch reingeklohen oh nein, oh nein, du Schmetterling AHH! was? bei mir hat es voll geglitten da war ja bei mir auch alter Schwede wie kommt nicht? naja naja ja gut immerhin noch auf dem Platz ja, Glückwunsch, Shamiro danke gut gespielt Timbear kass, ey, echt krass na gut, ey süß was machen wir als nächstes? ich muss das kurz aussetzen ich bin nächster wieder dabei geil, so bis gleich bis gleich ne, dann macht doch hier irgendwas ne andere Netto 2 ist du ne Lif oder ich glaube auf der twilight wird sonst echt schlimm wenn du auch noch große bälle ja das stimmt dün 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 das sieht ja schön aus. Richtig schön. Oh nein? Ja, du müsstest jetzt mit Kollision sein. Komm doch hoch, Batsch! Ach, scheiße, auf dem her bin ich viel schlechter. Das will jetzt gar nichts, bitte. Ja, will ich mich jetzt richtig wegstecken. Da würde einer nach dem anderen rum wegstellen. Was wird denn das? Das ist das Testen. Wie weit man gehen kann. Der ist also komisch und abgeprallt, außer weh. Ja, das ist wahrscheinlich am Loch so, ähm, ne? Und so. Und das so fies, der ist halt oben drauf. Och, ne, ich bin gegen irgendjemand geprallt. Toll. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, was sei denn. Oh, danke. Boah, der Freddy. Ich sag schon, der Storm schiebt mich einfach. Ja, wollte ich eigentlich auch. Sehr viel. Ja, na. Ich hab's für wieder einen Schlagrückstand und werd's nichts mehr schaffen in meinem Leben. Was sind das für Pinz hier eigentlich? Ja, der hat aber auch schon 93 Spielstunden, ne? Was? Ja, wir spielen das oft im Stream. Mit Community und so. Und das. Ja, wollte Gott sagen. So weit haben wir eigentlich die Power man nutzen muss. Und wir haben einen für uns. Der macht krass. Ja, der hat einen. Krass. Das ist richtig krass. Deswegen ist der Büro froh, dass er jetzt Fritte als Gegner hat und nicht den. Ja. Ja. Ich hab grad nur 9,2. Bin ich. Egal. Aber das würde ich gar nicht verstecken. Ja komm, roll, 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 roll. Arschabes. Ich bin geblieben. Ja komm, schlüpfe dich rein, schlüpfe dich rein. Los komm, weiter. Jawoll. Ja, da bin ich wieder, hä? Da bin ich. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Oh, das ist eine fiese hier. Das ist eine ganz miese. Oh, hole in one. Juhu. Du musst wirklich jetzt, äh. Die ist wirklich mies. Also, die ist echt. Also, die ist echt. Ja, du musst. Ja, aber ich bin drin. Komm. Tamburo, bist du schon wieder hole in one rein? Mhm. Haha, natürlich. Ich muss da aber hole in one rein kommen. Ja komm. Sehr schön. Komm, Fritte. Was? Na los, Fritte. Mach mal ein paar extra Schläge ja noch, ja? Das war schon fast gut. Ja, ich muss da einfach rein kommen. Oh, scheiße, ey. Jetzt hab ich einen richtigen Rückstand. Na ja. Oh, das Loch hier. Da versage ich immer. Was macht das Loch? Das Loch ist nicht gut für dich. Äh. Also, das darf? Okay. Nee, nee, nee. Sonst wirst du zurückgesetzt. Mach mal ein Auto rum. Äh. Okay. Plop. Äh. Wie ging? Easy win. Nein, easy win. Nein. Oh, das Loch hier hasse ich. Ich glaub beim letzten Mal hab ich 20 Schläge gebraucht. Oh, Gott. Oh, shit. Hm. Hm. Das Loch hier hasse ich wie die Peste, ey. Ha. Ah, wieder ein Aufruf. Geiles. Kleine Loch. Nämlich ins Große. Ah. Nein. Ah. 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 Ach Gott. Ach, Storm und Tamyro sind jetzt gleich auch an der Spitze. Mann, geh doch rein. Wo ist Storm? Oh. Aber eigentlich kann man natürlich nicht so immer davon ausmachen, ne? Also ich find dieses Loch furchtbar, das ist schlimm. Nein. Ah, kacke. Oh, ich hab den rückwärts mal angelegt. Ah, ich glaub ich hab schon wieder Scheiße gemacht. Ich kenn die Männer nicht gut genug. Ha, ha, ha. Kannst du, wenn du Maus hat, bis er mal da wegscrollen. Kannst du, wenn du da wegscrollen? Ja. Ach, echt jetzt? Oh. Aber man braucht schon eine gewisse Kenntnis von den Maps, sonst ist es echt schwierig. Witzig. 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 Fritte weit um den nächsten vergebenen Schlag. Ja. Verrecht. Ja. Jeder Schlag zielt. Warum hab ich dich überhaupt gefragt, ob du mitmachst? Wie kann ich das ein? Dass keiner beihaben. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ach, Gott. So knapp. Du bist Ihr immer noch so richtig. Ja, guck mal sehr. Oh, 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 oh. Oh. Oh, alle zwei Schläge, ey. Außer Timmyro ausnahmsweise mal. Wie? Tut mir leid. Ja. Das tut's dir überhaupt nicht. Oh. Du bist bei zwei Schläge, ey. Der ist Helm ist auch voll dabei, ey. Alter, ich bin gegen Fritte geprallt. Fritte hat mich mein Leben zerstört gerade hier. Das Problem ist, ich habe die perfekte Schlagstärke und dann spreche ich ausgeregt gegen den liegenden Ball von Fritte und vergesse mal, dass die Kollision an ist. Du kannst auch den Umweg nehmen, Konrad. Ich auch. Du kannst auch den Umweg nehmen, Konrad. Dann musst du nicht über die Mütter. Das habe ich auch schon probiert, dann funktioniert. Das war auf jeden Fall der schönste Schuss. Äh, wo ist das Loch? Hier. Fuck. Ah, okay, man muss das also benutzen. Das Loch? Ja. Oh. 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 Ah. Ach, schade, ey. Oh. 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 Oh Gott, ich hasse dir somit. WTF? einfach gas geben wochen nicht im ernst auch fritte bei der blog ich habe zwei schläge an frittes ruhen den ball verloren was ist denn da unter der frühe diese kackkollision kann man nicht aus dem wasser schon jetzt gehe ich mir doch gar nicht doch ja jetzt geht es aber ich habe jetzt eh schon wieder so viel verloren wer hat mich denn da weggeschubst Entschuldigungsdruck ist mit der lang jetzt schon wieder nein ich installiere das jetzt auch hier wie springt man denn mit der linken maus dass er einfach im wasser ist ok ich spiele die war da ein lockensteg oder ja ich spiele die oh mein ist doch falsche richtung andere richtung eigentlich stimmt nein nein nö ring na wuuh 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 wo muss man lagen ach durch einzelne löcher stimmt ja doch wuuh 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 naja macht macht er jetzt fritte pisa 8 am euro war das diesmal war es der büro ich werde ich nicht immer weg gehauen blöde kollision ich hatte erst so eine schöne position und dann kommt der büro und haut mich weg ich auch nur ist es noch schlimmer eine ganze runde schön 9 ach du heilige was auch Ich bin zwar durch das Bauch, aber das hilft nix. Oh was? Ei, ei, ei. Jawohl, in die richtige Richtung. Na, das war aber nicht gut, oder? Na, das ging. Das war okay. Na ja, beide haben ja vier, weil... Ja, also ja, aber du bist halt fort. Ne, der holt es auch nicht mehr ein. Glaube ich auch nicht. Alter. Ja, das war für mich auch einfach zu schlecht, dass der Fisch. Ich kann das Spiel grundsätzlich nicht besonders. Wahrscheinlich einfach, weil die schwerer ist. Wir haben da so viel ein bisschen was da ist. Müssen wir jetzt nach oben oder nach unten? Da frag ich mich auch mal. Ich glaube, wir müssen da rechts zu den Fischern fahren, oder? Rechts. Rechts zu den Fischern fahren, oder? 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 Ja, sieht das aus. Ja. Ja. Ja, das würde schön direkt irgendwie noch hinhobsen. Ah, da kann Schwung nehmen von Ziel aus nach oben. Oh je. Oder ein bisschen mehr. Ja. Och nein. So geht's natürlich auch. Nee. Man kann auch den Ausweg nehmen. Ja, scheiß, man. Ich versage auch gerade völlig. Der Schlag war jetzt nicht schlecht, aber ich habe halt zu lange gebraucht, um es mal zu schaffen. Ach, Mann. Ich bin angekommen. Gigi. Ich komme mir nicht mehr an. Genau, Conrad. Nimm den Weg. Und jetzt damit schmack ist, Uwe. Oh. Ach, bin ich jetzt wie am Anfang? Ach, scheiße. Ich habe... Jetzt sind die Bälle fliegen, hier. Die Pizze, die hast du. Ja, du warst jetzt vorbei. Das Problem ist, ich wollte die... Hä, wo muss ich denn überhaupt lang? Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. What the fuck? Das ist ja richtig apart. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss, ey, Mann. Nach links. Was heißt das? Dass du zu viel Schrägen gebraucht hast. Ach, Mann. Genau so wie Sam. Aber Errungenschaft bekommen. Rängst du in den Witten. Die Leute sind auch schon gekriegt. Aber wie war das im Zimmer mal? Die Map war scheiße. Ich sehe nicht mal was auf dieser Welt. Schrägen übers Dach, ne? Aber auch nicht zu fest, weil man irgendwie in die Dachdrehen muss oder so. Ja, genau. Irgendwie so. Ich bin so im Lab, weißt du, alles noch erklären. Och, danke, Fritte. Danke, gerne. Ich steuere den Pilz an deiner Seite. Pilz ansteuern? Ich darfst dem Konrad nichts sagen. Ach, nee. Der hat Stomping aufs andere Seite. Ich weiß gar nicht, wo er hängt. Nee, jetzt. Jetzt ist es auch einfach nur komisch. Das ist auch nicht richtig. Ja. Ich stehe das nicht. Das ist da, wo willst du hin? Du musst über das alles überden. Übers Dach, aber nicht zu doll. Ja, jetzt tut euch. Und ins rechte Loch von der Regen. Jetzt klappt es. Geil. Jetzt schob sich den Samen noch an. Das tut jeder hier. Ja. Das ist wirklich schlimm. Ja. Das ist 140. Ich freue mich gerade auf. Hä? Ach so, das oder das hier. Ich springe. Geht nicht. Wo bin ich jetzt lang? Ach so. Nein. Na, kein kleines Knäpp. Ach so, das ist die Map, wo man so ewig lang zieht. Ja. Ich weiß es noch. Ach, da muss man. Eigentlich muss man da gar nicht viel machen. Ach, da muss man ins Wasser schießen. Ja, ja. Der Tamyro macht es aber richtig. Der nimmt immer ganz viel Zeit für seine Schläge. Ja, ja. Und schießt dann daneben. Und er hat ja auch Zeit. Werde bis zum meisten Säcke sind gelassen. Ich bleibe. Ja, der Tamyro hat einen Plan. Ja, bei mir geht es eben noch um Platz 2. Ja, den hast du sicher. Also den hole ich bestimmt nicht mehr auf. Kann ich nicht mal rechnerisch. Ich kann den nicht mal rechnerisch aufholen. Da. Ne, ne. Wenn du sie weiter so ein Stück, dann schaffst du es noch. Da. Hallo, Mann. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es sind mehr Stücke von 30 Sekunden. Als nach der Runde bin ich raus. Jetzt steht er. Du kriegst immer noch so ein Clench schon. Out of time. Out of time. Errungenschaft bei uns. Hallo. Hallo. Muss man jetzt ins Wasser? Nein, nein. Hm. Wo steck ich denn jetzt fest? Hä? Ich bin hier mitten drin stehen. Ach nee, ey. Konrad. Das ist echt scheiße. Die ist total in den Arsch. Wie weit seid ihr? Letzter Kurs. Tot. Boah, geil. Ich komme ja richtig, Alter. Ja. Ess mal Joghurt. Fuck. Und ess mal Joghurt. Und Honig. Das ist mal unter Wasser. Boom! Alter. Alter! Jetzt stehe ich auch echt scheiße. Danke, Frodo. Ja! Das macht mir Spaß, geil. Ja, mach das so lange wie das Elben liegt, wenn du dann schliessig kannst. Oh nein! Die Waschmaschine. Bäm! Weg mit dir. Nein! Nein! Ich bin leider Mitglied dessen werden. Nein! Oh, geil! Dankeschön! Stopp, stopp, stopp! Ja, auf sich hab ich gerettet. Hau auf, 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 auf. Geil. Das ist bloß. Richtig gut bin ich einfach. Oh man! Das ist einfach richtig drauf. Oh man! 136! Ich hab die meisten... Wunderwerde! Da bin ich Zweiter! Da kommt der Chlorix jetzt wieder rein. Das ist einfach nicht. Ja, das stimmt. Ich bin da. Das ist einfach, nicht genau. Da ist einfach richtig. Vielen Dank.